Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Mass Effect 3 für die Xbox 360 auf der Xbox One. Und im letzten Part haben wir so ziemlich die letzten Sidequests gemacht, die wir aktuell noch machen können. Und jetzt geht's weiter mit dem letzten DLC. Ähm, ich weiß nicht, ob der mit allen, ich meine im Moment sind alle unsere Squad-Mitglieder, sind aktuell hier mit auf der Citadel vertreten. Ähm, und ich möchte am liebsten mit Liara den DLC beginnen, also fahren wir ins Präsidiumsunterhaus. Wir gucken mal, ich weiß nicht, vielleicht können wir auch mit allen irgendeinen coolen Dialog führen. Äh, aber das weiß ich halt nicht und deshalb möchte ich erstmal mit Liara sprechen. Ich weiß nicht, ob dann der DLC halt vielleicht direkt anfängt. Und deshalb, ja, gehen wir zu Liara, unserem kleinen Schätzchen, denn mit ihr wollen wir ja auch noch eine Romanze eingehen. Und viele Möglichkeiten dazu haben wir nicht mehr. Ähm, naja gut. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir da noch zu kommen werden, weil das Spiel ja bislang immer darauf hingesteuert hat, auch wenn es halt etwas später kommt. Also auch hier im Präsidiumsunterhaus, hätte man vielleicht den ein oder anderen Charakter weniger hinstellen sollen, dann würde es vielleicht weniger ruckeln. Gerade auch mit dem Rauch da unten, das ist natürlich für die Xbox 360 Architektur relativ anstrengend gewesen. Aber, na gut, dafür sieht das Spiel halt auch so aus, wie es aussieht, ne? Es ist schon ein schönes Spiel. So, hi Liara. Ich war sehr jung. Das ist ja wirklich allerliebst. Das dachte sonst keiner. Oh, die Strafpredigt meiner Mutter. Aber am nächsten Tag bekam ich mein erstes Geschichtsbuch. Ich vermisse sie. Wie war sie? Sie war selbstbewusst und freundlich. Sie trug gerne gelb. Für mich war sie die schönste Frau der Welt. Wird schon wieder, Liara. Vermutlich. Danke, Shepard. Es geht mir schon besser. Ich wünschte, wir könnten mehr Zeit so verbringen. Als Freunde. Freunde ist für mich nicht mehr genug, Liara. Das klingt richtig ernst. Ist es. Was auch passiert. Ich will mein Leben mit ihnen verbringen. Dann haben sie ja richtig Glück, dass ich das auch will. Ich weiß. Yay. Wir haben die Romanze geschafft. Krass. Cool. Oder war das jetzt ein DLC-Erfolg? Ne, ich glaube nicht. Ja. Okay, dann bist du durch, ne? Schön, Sie zu sehen. Ja. Ich habe diesen Ort vermisst. Noch mehr? Es ist gut, mal eine Weile vom Schiff runter zu kommen. Hallo. Hallo, Shepard. Okay. Gut. Damit sind wir durch. Ähm. Gut. Dann können wir ja doch noch mit den anderen Crewmitgliedern reden. Fangen wir mal im Wartebereich an. Da sind nämlich James, Said oder Said und Ashley. Gut. Gut. Also wieder zurück in den Wartebereich. Na gut. Hätten wir auch anders haben können. Aber okay. Da war ich mir halt noch nicht sicher. Egal. Egal. Also das bisschen macht jetzt auch keinen Unterschied. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Äh. Bin ich hier richtig? Ist hier der Aufzug? Nee, wir sind vorbeigelaufen. Mist. Müssen hier runter. So. Hä? Mich total bescheuert? Bin ich denn total bescheuert? Müssen wir da irgendwie rein? Äh. Eieieieiei. Das ist mir alles zu groß. So. Da hinten ist aber nichts mehr. Hier geht's lang. Ne? Ja. Okay. Sehr schön. Nee, cool. Finde ich gut, dass hier nochmal alle Crewmitglieder mit auf der Citadel sind. Ich meine, den Urlaub haben wir uns redlich verdient. Einen Moment bitte. Denn. Was wir so die letzten Tage, Wochen und Monate erlebt haben. Ich meine, wir bereiten einen Krieg vor. Und das ist schon anstrengend. Da hat man sich einen kurzen Urlaub redlich verdient. Wobei, er darf nicht zu lange sein. Denn sonst könnte das, ja, könnte es zu spät sein, den Krieg zu gewinnen. Aber ich denke, wir haben eine große, große Streitmacht zusammengebracht. Das ist schon okay. So. Hi, James. James? Commander, was führt Sie hier runter? Das wollte ich Sie gerade fragen. Naja, nach unserer Unterhaltung? Ich habe beschlossen, dem N7-Programm beizutreten. Und das feiern Sie mit einer Tätowierung? Ja, so ungefähr. Wissen Sie, es gibt im Moment ja keinen offiziellen Kanal. Also mache ich es auf diesem Weg offiziell. Eigentlich bin ich ja nur ein N7-Rekrut. Aber mit Ihnen als Ausbilder kann ich gar nicht scheitern, richtig? Sehr schmeichelhaft. Aber ich bilde Sie doch gar nicht aus. Nicht offiziell. Aber was zählt das schon in diesem Scheißkrieg? Ich meine ja nur, Sie sind mein direkter Vorgesetzter und Sie gehören zur N7. Also sind Sie mein Vorbild. Und wissen Sie, ich nehme von Ihnen jeden Rat an. Wirklich? Sicher. Wenn er gut ist. Man würde Sie nicht fragen, wenn man Sie nicht für fähig hielte. Hoffen wir es. Jetzt beginnt die richtige Arbeit. In Ordnung. Ich weiß, ich wirke nicht besonders ernsthaft, aber wenn ich etwas beschließe, dann richtig. Offensichtlich. Hey, ich werde Sie nicht enttäuschen. Sie müssen nur einer Person was beweisen, nämlich der, die Sie morgens im Spiegel sehen. Da haben Sie recht. Das wird ein paar Tage wehtun. Sind Sie überhaupt dienstfähig? Ich reiß mich nicht darum, meine Panzerung anzulegen. Aber dienstfähig bin ich immer. Das hört man gern. Ach! Vorsicht! Ich kann ein wenig mit James mitfühlen, weil ich habe selber eine Tätowierung und ich weiß, dass es wehtun kann. So, warum sollte James jetzt wieder da hinten sein? Das ist ja Quatsch. Aber an der Gedenkmauer soll Ashley noch rumstehen. Dann können wir noch mit Ashley sprechen. Sie wird wahrscheinlich... An wen denken? Ja, an wen eigentlich? Ashley? Ach, da bist du. Hi. Ach ja, genau. Für ihre Schwester. Da war ja was. Schlimm, dass sie das durchmachen muss. Verdammt. Schon wieder? Hoffentlich findet Sarah hier Frieden. Schön, dass ich für sie da sein kann. Sie wollte, dass ich etwas über unsere Familie sage. Thomas sollte es hören. Sie müssen jetzt stark sein. Für Sarah. Sie haben recht. Ich bin stolz auf sie. Sie ist keine Berufssoldatin, aber sie kommt mit all dem zurecht. Erinnert mich an Dad. Was auch passiert ist. Er hat uns zum Lächeln gebracht. Ihre Familie hat sie geformt. Er gab sein Bestes. Vier Töchter und eine starke Frau. Er sagte, Manöver mit scharfer Munition sind das beste Training für meine Frau in Horde. Ihre Schwester wartet. Wird schon wieder. Sicher. Gehen wir. Mal sehen. Okay. Die Fahrt zum Strand in dem Sommer vor meiner Grundausbildung. Schade, dass sich die beiden nicht noch irgendwie umarmt haben oder so. Aber cool. Das hat uns sogar tatsächlich was gebracht, dieses Gespräch zu führen. Gut. Warum sollte James noch da hinten sein? Egal. Ich möchte das überprüfen. Ist er jetzt schnell vom Tattoo aufgesprungen und nach hinten nach E28 gerannt oder was? Egal. Die Zeit nehmen wir uns. Wir machen einen riesigen Story-DLC. Die Zeit nehmen wir uns. Definitiv. So, James. Wo bist du denn? Oder ist es tatsächlich einfach nur ein Anzeigefehler? Also, ich kann hier keinen James ausmachen. Hier ist nur die Shepard-VI. Ja, gut. Dann ist es tatsächlich einfach ein Anzeigefehler. Gut. Diese 30 Sekunden kriegen wir schon noch irgendwie ausgebügelt. Ähm. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Ich würde sagen, wir gehen zu Gareth tatsächlich als Letztes. Weil der will ja tatsächlich mit uns wohin. Ähm. So, im Präsidiumsunterhaus mit Liara haben wir schon gesprochen. Dann gehen wir jetzt ins Purgatory und sprechen mit Aria, Edi, Joker und Cortez. Cortez. Ole. Ole. Also ins Purgatory. Ich glaube, im Huerta-Krankenhaus ist keiner unserer Crew. Warum auch? Es ist ja keiner verletzt. Und mal ganz davon abgesehen, haben wir Dr. Shack was. Und die macht definitiv die, das beste Krankenhaus, das es gibt. Falls mal jemand verletzt sein sollte. So. Wo seid ihr denn? In der VIP-Launch hängt natürlich Aria rum. Wo auch sonst. Ich meine, Aria halt, ne? Ein wenig, äh, ein wenig eingebildet, die Gute. Aber ich glaube, das kann sie sich halt auch einfach erlauben. Moin, moin. Die Galaxie kann uns wohl nicht trennen. Blue Suns, Bloodpack und Eclipse stehen unter meiner Kontrolle. Und werden kämpfen, wenn sie bereit sind. Und? Haben sie etwas auf dem Herzen? Ne, ich glaube, das kennen wir, ja, das, das, das kennen wir alles schon. Okay. Ganz sicher. Gut, dann reden wir halt nur mit unseren Crew-Mitgliedern. Die müssten hier oben stehen, ne? Sind alle bei, ne, bei drei. An der unteren Bar sind sie. Okay, gut. Dann rede ich halt hier unten mit meiner Crew. Cortez. Äh, du bist nicht Cortez. Wo seid ihr denn? Hallo? Ähm. Auch hier Anzeigefehler oder hockt ihr da unten rum? Ne? Da vielleicht, ja, da ist Edi. Da ist Edi. Ein Officer. Und Joker. Aber wir können nur mit Edi reden. Okay. Hi, Edi. Hey, Commander. Ich wollte gerade noch eine Runde holen. Bin gleich zurück. Sie beide scheinen Spaß zu haben. Ja. Sein Joker und ich uns auf eine Beziehung geeinigt haben, lächelt und lacht er deutlich häufiger. Ich glaube, dass er glücklicher ist. Boah. Sie beide scheinen ein gutes Paar abzugeben. Ich weiß nicht. Als sich Jeff zum ersten Mal diesen Körper zeigte, hielt er Abstand. Wirklich? Was hat er gesagt? Dass ich keinem weiblichen Ideal entsprechen müsse, um ihn zu beeindrucken. Ich habe gesagt, das sei dummes Zeug. Und wir haben ganz normal weitergeredet. Nach ihrer Ermutigung veränderte sich seine Einstellung. Er sagte, er habe gezögert. Aber sie hätten ihn überzeugt, ranzugehen. Ich habe nur nachgeholfen. Verstehe. Danke für Ihre Unterstützung. Das alles ist eine überaus erhellende Erfahrung. Okay. Schön, dass sie die beiden es geschafft haben, eine Beziehung einzugehen. Ich glaube, das ist tatsächlich Cortez. Aber irgendwie, wir können nicht mit ihm sprechen. Na gut, mit Joker können wir ja auch nicht reden. Können wir mit Edi nochmal reden. Ich dachte schon immer, es wäre echt cool hier, wenn man nur nicht so viel laufen müsste. Wenn Sie Schmerzen haben, könnte ich Sie tragen. Was ist denn? Da kommt schon wieder die leicht bekleidete Frau. Sie haben mich als Ihren persönlichen Hilfs-Mack vorgestellt. Schreiben Sie nicht so lieb. Ich weiß, was Sie fühlen, aber... Aber Sie wissen, dass das nicht stimmt. Warum belügen Sie andere? Sie wollen sich nicht als Kack mit Übercode vorstellen. Man würde sie... Nüch. Das wäre keine effektive Methode, um eine Funktionstüchtigkeit zu unterbinden. Stimmt. Sie sind dran. Ratsherren Irissa. Nicht heiß. Zu viel Make-up. Darauf stehe ich nicht. Shaira, die Konsortin. Äh, heiß würde ich sagen. Können wir damit aufhören? Sie machen mich nervös. Dalatras Linron. Geht's. Sie sind dran. Ratsherren Irissa. Gut, ich glaube, damit sind wir durch. Ich möchte hier noch einmal durchgucken. Nein, wir können hier Cortez tatsächlich nicht finden. Aber ich glaube, das ist Cortez. Er trinkt sich die Seele weg oder so. Ist okay. Wir haben Landurlaub. Das ist schon in Ordnung. Gut. Müssen wir noch in Zuerta... Ah, doch tatsächlich. Jacob muss... Äh, hängt hier rum. Dann müssen wir doch noch in Zuerta Krankenhaus. Warum habe ich den denn übersehen? Ich meine, gut, er gehört nicht mehr direkt zu unserer Crew. Aber reden würde ich dann mit Jacob doch nochmal ganz gerne. Gut. Also, ab ins Huerta Krankenhaus. Ähm. Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das zum DLC gehört. Oder ob das einfach auch so schon auf der Citadel wäre. Ich hake das jetzt einfach mal als DLC ab. Ich finde, diese Gespräche passen einfach dazu, dass man jetzt einen Landurlaub machen möchte. Und... Ja. So, Jacob, wo bist du denn? Du müsstest hier vorne irgendwo rumstehen. Ne? Hi. Hey, Shepard. Schön, Sie zu sehen. Ich weiß, wie es um ihn zugeht. Stimmt. Daher muss man jeden Augenblick auch nutzen. Was ist mit dem Tegel? Das Projekt ist wahnwitzig groß. Und diese brillanten Köpfe arbeiten alle Tag und Nacht daran, es hinzukriegen. Sie sollten wirklich sehen, wie Sie alles mit gesenkten Köpfen Stück für Stück zusammensetzen. Wir werden diesen Tegel bauen, Shepard. Glückwunsch! Wir bekommen ein Baby, Shepard. Glückwunsch! Wow. Meinen Glückwunsch. Es war nicht geplant, aber... Ich freue mich drauf. Ich werde ein besserer Vater sein als meiner. Alles richtig machen. Es ist... Ein weiterer Grund zum Kämpfen. Kann man wohl sagen. Bryn will das Kind nach innen benennen. Wirklich? Ja. Shepard. Das ist... Schön. Ja. Ich werde es hier ausreden. Nichts für ungut. Schon okay. Gut. Und wie läuft's bei Ihnen? Noch zufrieden mit Ihrer Arbeit? Alles in Ordnung. Mir geht's gut. Keine Lust, wieder auf die Normandy zu kommen? Lust schon, Shepard. Aber... Nein. Sie arbeiten also am Tegel? Ich bin zwar klug, aber nicht so klug. Hackett hält mich trotzdem ganz schön auf Trab. Wie geht's ihm? Er hält durch. Ich glaube, einen härteren alten Kerl als ihn gibt's gar nicht. Schön, dass wir reden konnten. Finde ich auch. Man muss solche Momente nutzen. Ich mag das. Und nochmals danke, dass Sie alle lebend rausgebracht haben. Machen Sie's gut, Jekyll. Sie auch, Shepard. Ich werde an Sie denken. Passen Sie auf sich auf. Und Sie auf sich. Okay. Gut. Dann sind wir damit durch. Und dann haben wir noch die Botschaften. Da sind Samara und Javik. Okay. Wenn wir mal hier anfangen. Genau. Dann haben wir das. Das haben wir. Purgatory haben wir auch. Huerta Krankenhaus. Gut. Also Samara und Javik. Und ja, mit Bailey können wir eigentlich auch mal quatschen. Das ist die falsche Richtung. Natürlich ist es die falsche Richtung. Denn da, wo Elevator draufsteht, ist auch Elevator drin. Und da, wo nicht Elevator draufsteht, ist halt auch nicht Elevator drin. Okay, äh, wo müssen wir hin? Wir müssen in die Botschaften. So. Nicht wieder. Nicht wieder vertauschen. Das ist immer ziemlich dämlich. Dann passieren solche tollen, ungeahnten Sachen. Wie im letzten Part, wo ich auf einmal umdenken musste und eine andere Quest gemacht habe. Okay. So. Wo haben wir sie denn? Bei vier? Also hier müssten direkt Samara und Javik rumrennen. Samara, hi. Ich hatte gehofft, sie kommen. Ich bleibe nicht mehr lang. Was machen Sie auf der Citadel, Samara? Ich wollte mich wohl verabschieden. Faler ist sicher. Und Rila ruht. Ich musste mit ihnen reden, bevor ich ihn in den Kampf ziehe. Es gibt niemanden, der uns in unseren letzten Stunden besser anführen könnte als sie. Die Galaxie wird stolz auf uns sein. Wir haben die größte Flotte der Geschichte. Beeindruckend. Die meisten hätten dieses Bündnis für unmöglich gehalten. Aber Shepard? Vergewissern sie sich von der Stärke ihrer Truppen, bevor sie losziehen. Was tun die anderen Justikarinnen für den Krieg? Die meisten sind zu Hause und versuchen, Tessia zu halten. So wie unsere Chancen stehen, wird es unseren Orden nach diesem Krieg nicht mehr geben. Sind sie nur so wenige? Wir waren nie viele. Wir müssen darauf vorbereitet sein, uns zu opfern, falls es erforderlich ist. Waren Justikarinnen sinnvoll, wenn alles so endet? Die Justikarinnen sollten Ordnung in einer Welt schaffen, die darüber aber nur lacht. Man ist allein und führt ein Leben, das so hart ist, dass es oft Schmerzen bereitet. Aber ich bereue das Leben für den Kodex nicht. Halten sie davon, was sie wollen. Ich hab nie gefragt, ob ihr Kodex beim Kampf gegen die Reaper helfen kann. Sie sind wie jeder Feind. Zeigen sie keine Gnade und keine Schwäche. Der einzige Unterschied liegt in der Größe. Der Kodex ist zu strikt für derlei kleine Unterschiede. Sehen sie das auch so? Sie haben einen Reaper auf der Citadel und einen auf Tujanka getötet. Daran nehme ich mir ein Beispiel. Kommt Faler in dem Kloster zurecht? Oder was davon übrig ist? Wir haben uns unterhalten, es wird nicht leicht. Aber wenn jemand überleben kann, dann Faler. Es war... schön, sie wiederzusehen. Vielleicht sollte eine Justikarin nicht so viel Wert auf Familie legen. Es freut mich, dass alles gut ist. Zum Glück hatte Faler einen so klaren Blick. Ohne ihr Eingreifen hätte sich das alles völlig anders entwickelt. Vielen Dank. Viel Glück, Samara. Für sie auch. Ich weiß nicht, ob sie an sowas glauben. Aber die Göttin sei mit ihnen, Shepard. Uns beide erwartet bald die Feuerprobe. Ja, ich glaube auch. Okay, wo treibt sich denn Javik rum? Der sollte auch irgendwo hier sein. Javik! Äh, oder? Doch, der sollte hier bei den Botschaftsbüros sein. Ich meine, der sollte ja auffallen. Das ist ja unser proteanischer Kollege. Aber hier stehen nur Turianer rum. und Samara. Da ist Javik. Ah, Tachchen. Tolle Aussicht, was? Während unseres Krieges wurde dieser Ort für mein Volk zum Mythos. Ein Traum aus Gedächtnisscherben. Die Citadel war das Herz unserer Zivilisation und ihr Untergang. Hier begann der Angriff der Reaper, richtig? Niemand, den ich kannte, hatte die Citadel je gesehen. Jetzt hier zu stehen, ich weiß nicht. Es mag unbedeutend klingen, aber ein Proteaner steht auf der Citadel und erlebt. Das allein ist schon ein Sieg. Mag sein. In den dunkelsten Stunden haben wir Geschichten über die Wunder dieses Ortes erzählt. Der Sitz unseres Reiches. Die Macht über Welten. Die Galaxie gehörte uns. Heute haben hier viele Speziesbotschaften. Sie teilen also wirklich die Macht mit anderen? Es ist nicht perfekt, aber es bewahrt den Frieden. Meistens. Verzeihung. Diese Person hat zugehört und vermutet, dass sie ein Proteaner sind. Ein Hanar. Ich erinnere mich an ihre Art. Da waren sie noch kleine Fische im Ozean. Diese Person ist unwürdig. Sie hat das Antlitz eines Entflammten geschaut. Sie halten ihre Spezies für ihre Götter. Schade, dass wir ihnen sprachlich so wenig beigebracht haben. Sind sie wirklich ein Proteaner? Ja. Aber wenn sie den Krieg verloren haben, welche Hoffnung bleibt dann uns? Vielen wird wohl gar nichts bleiben. Die Reaper haben in meinem Zyklus Billionen getötet. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber noch leben sie. Das allein ist schon ein Wunder und sie haben die Kraft zu kämpfen. Mein Volk kannte sie als sie noch jung waren. Turianer, Asari, Hanar, sie alle hatten Potenzial. Jetzt müssen sie das ausschöpfen und zur Waffe werden, wie es ihnen vorbestimmt ist, damit die Reaper wissen, dass wir keine Maschinen sind. Wir leben und wir setzen uns und wir setzen uns zur Wehr. Danke. Das bedeutet mir viel. Commander Shepard, es muss eine Ehre sein, dass ein Proteaner an ihrer Seite kämpft. Er findet sich langsam zurecht. Javik ist einer der besten Soldaten, die ich je gesehen habe. Der Commander ist auch ein fähiger Krieger für einen Menschen, der einst in Höhlen gelebt hat. Danke, Commander. Ich habe meine Zeit hier genossen, mitten unter den jungen Leuten. Wir sehen uns dann auf der Normandy. Okay, cool. Das hat uns doch bestimmten Kriegsaktivposten eingebracht, oder? Egal. Wir gehen noch mal kurz zu Bailey. Da hinten. Und dann werden wir diesen Part beenden. Ja, schön. Schöne Gespräche hier mit den Crewmitgliedern. Sowas mag ich. Ich meine, es zieht sich natürlich. Es ist jetzt ein Part, in dem quasi nur Gespräche geführt werden. Aber es macht sich, es ist schön, auf jeden Fall. Hey, Shepard. Wenn Sie hier sind, fühle ich mich gleich sicherer. Alle laufen rum wie in Trance. Oder humpeln wie ich. Ob wir je wieder so wie früher werden? Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Ich dachte, Sie wären im Krankenhaus. Solange ich atme, arbeite ich. Das war bislang meine schlimmste Verwundung. Aber sie passt zum Zustand der Galaxie. Cerberus täuscht sich, wenn Sie glauben, dass mich ein paar Kugeln aus dem Spiel nehmen. Kann die Station verteidigt werden? Die interne Sicherheit wurde wiederhergestellt, aber wir haben gefährlich wenig Männer. Wir verhören unsere eigenen Leute, um rauszufinden, ob Udina allein war, aber das dauert. Ich würde sagen, wir sind zwar noch angreifbar, machen aber Fortschritte. Haben Sie bei Ihrer Arbeit für Udina nie Verdacht geschöpft? Komisch kam er mir schon vor. Das Verräterschwein hat mich sicher für einen Idioten gehalten. Leider nicht ganz zu Unrecht. Er ist tot und Sie sind noch da, Bailey. Das verdanke ich Ihnen. Ohne Sie würden Udina und Cerberus jetzt auf meinem Grab tanzen. Wie geht die Citadel jetzt mit dem Krieg um? Der Krieg hat uns erreicht. Wir können uns das kaum vorstellen, obwohl wir eigentlich immer das Unerwartete erwarten. Nach dem Putschversuch haben sich die meisten Leute zurückgezogen. Es wird viel gebetet und geweint. Sie sagen, dies sei der letzte Krieg von allen. Bisher spricht nichts gegen diese Sichtweise. Keine Zeit zum Ausruhen. Viel Glück, Bailey. Ja, für Sie auch, Shepard. Okay. Gut, dann fehlt uns jetzt halt nur noch Gareth und ich denke, mit Gareth werden wir zum DLC selber fliegen. Wie gesagt, ich werde diesen Part als DLC deklarieren. Auch wenn wir noch nicht wirklich mit der Mission anfangen. Oder, naja, vielleicht auch nicht. Muss ich mir noch genau überlegen. Aber im nächsten Part wird es definitiv damit losgehen. Gut, an dieser Stelle machen wir allerdings erstmal einen Cut und dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. zuschauen. Hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen werden, wenn wir den DLC dann endgültig starten werden. Mit oder ohne Gareth. Bis zum nächsten Mal, sag ich keep gaming und ciao. Und ciao. Wechselung auch immer.